Lerne die Welt kennen und gehe auf Reisen. Lerne die Welt kennen, gehe auf Reisen. Wenn du keine Lust dazu hast oder kein Geld, dann kannst du dir auch auf YouTube einen guten Eindruck über eine Stadt oder ein Land machen. Suche dort einfach nach den Begriffen Walking und einen Ort, also zum Beispiel Walking New York. Es werden dir dann Videos präsentiert, wo jemand mehrere Stunden ohne Kommentar und ohne Musik mit einer Kamera auf dem Kopf durch New York läuft. Manche wollen ihre Reisen sogar mittlerweile mit einer VR-Brille ersetzen, auf der alles lebensgroß dargestellt wird. Schaue jetzt in die Videobeschreibung und Kommentare. Dort findest du hilfreiche Links zu diesem Kapitel.